hallo willkommen im neuen video mit dem problem die es so gibt zum thema adventskranz machen und ich war ja früher auf seminar und dann hat die seminarleiterin immer vorgemacht wie es so geht und ich stand dann da und wollte es nachmachen und habe gesagt so einfach geht es dann doch nicht und deswegen zeige ich heute mal probleme beim kerzeantraten aber nach der intro gibt es die details es geht um advent jeder denkt nach und was mache ich denn dieses jahr wie mache ich das was nehme ich für eine unterlage nehme ich steckschaum nämlich strohrömer dann die problematik wie mache ich denn diese kerzen fest brauche ich entweder brauche ich stecker brauche ich drehte was auch ich von grün es gibt so viele fragen und so viele probleme und ich habe jetzt einfach mal eine ganz neue reihe und da zeige ich euch wie man was ihr beachten müsst und die größten fehler die ihr machen könnt bei den adventsarbeiten und da gibt es jetzt ganz tolle serien und ganz wichtig ein super herzliches dankeschön an den betrieb wo ich hier arbeiten darf in wardsoten am taunus blumen weigert und diese wunderschöne werkstatt die wurde mir heute für die videos zur verfügung gestellt und ich arbeite hier frei beruflich in den familienbetrieb den es seit 1836 in der siebten generation gibt und ich sage mal ganz herzliches dankeschön und wir lieben es gibt hier auch eine grenzausstellung und die wird am 21 und 24 november 2024 sein es wird sich bestimmt lohnen vorbeizuschauen aber jetzt gehen wir zum video ja also als allererstes kann man braucht man eine kerze die brennt ja es kann teelicht sein keine kerze sein habe ich auch gerade angemacht dann braucht man eine kombi zange ja ganz ganz wichtig eine kombi zange die ist die ist wichtig dass ich den draht ab zum einen schneiden kann und dann dass ich ihn auch halten kann ich brauche dicken draht ja ganz richtig dicken 16 oder 18 schwarz geglühten kerzen draht den ich dann in stückchen schneide so stückchen ich habe ja bei der kombi zange geht mal an den werkzeugkasten von eurem mann da gibt es hier in der mitte so eine fläche da kann ich die träte damit schneiden man braucht also nicht ganz unbedingt eine draht schere schneidet hier stückchen und was jetzt wieder was jetzt so auch ein fehler ist wenn ich diese stückchen grad abschneide so was man jetzt eigentlich machen würde ja aus dem reflex ist auch nicht so gut weil das risiko ist wenn ich die grad abschneide dass meine kerze eher platzt ja ich mache das jetzt mal extra sie hier ist ein stück das ist grad abgeschnitten ich schneide mal den draht grad ab und ich kann jetzt natürlich versuchen dass mir der hand jetzt hier so rein zu machen das ist geht so ein bisschen schwerer und ich habe meine finger sind ehrlich gesagt auch die haben genug zu tun ich nehme also dann lieber als die finger nehme ich tatsächlich die kombi zange und macht diesen draht rein und in die kerze und möchte ja ja damit ich die kerze auch irgendwie befestigen kann auf dem strohrömer und ist ja doof ja jetzt habe ich den ja jetzt habe ich den nicht ordentlich heiß gemacht und bin dann am rand hier rein und bock und meine kerze ist kaputt mist ja das ist natürlich echt blöd und wenn ihr dann so richtig schöne kerzen kauft und ihr habt dann so eine eine die ihr ja die wo dann die dann auch so abplatzt und vor allem sieht ja noch viel schlimmer aus wenn die nicht durchgefärbt ist und nur der rand ist so wie bei der hier das ist eigentlich so die kleine katastrophe weil jeder kauft vier kerzen für den adventskranz und wenn eine dann so aussieht echt echt blöd also ja fehler noch mal eins ist tatsächlich immer den draht schräg anschneiden und ja also die und erhitzen also ganz 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 wichtig das heißt also ich gehe jetzt noch mal her schneide den draht schräg an so macht den also richtig hier schräg und ich muss diesen draht unbedingt erhitzen wenn ich nicht die kerze gleich kaputt machen will ich finde es ja auch schön wenn ich lieber diesen fehler jetzt bewusst macht dass ihr den zu hause nicht macht dann nehme ich ach ja da muss ich ja auch noch mal dazu erklären ich nehme den draht mit der kombi zange aber ich nehme also es ist nicht dass ich den draht jetzt hier hinten er so nehmen dass ich den dann rein machen will dass es viel zu weit weg von der kerze sondern ich muss wirklich muss den so mit der zange nehmen dass ich relativ nah an die kerze rankommt also so ungefähr so ich möchte den draht ungefähr einen daumen breit in die kerze rein machen und genau so nehme ich den mit der zange ja nehme ich den in die zange rein was auch wichtig ist diese kerzen stücke die dürfen nicht zu kurz und nicht zu lang sein wenn die zu lang sind dann kommen die unten bei meinem strohrömer wieder raus wenn sie zu kurz sind geben sie zu wenig halt das heißt also das ist jetzt naja das ist so lang wie mein kleiner finger wie viel zentimeter sind das fünf fünf zentimeter kameramann nick vielen dank ja also etwa fünf zentimeter länge für diese drahtstücke schräg angeschnitten schräg auf beiden seiten zum einen für die kerze dass sie nicht gleich platzt ja wie hier und auch schräg angeschnitten weil ich komme mit einem grad angeschnittenen draht komme ich auch nicht in den strohrömer rein ja also ist beides total wichtig also drehte immer 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 schräg anschneiden in ruhe ja bisschen geduld patientia in ruhe erhitzen und wenn er dann jetzt mal richtig schön heiß ist dann nehme ich die kombi zange gehe in die kerze rein und ja und jetzt ist es jetzt hier daneben jetzt geht dieser draht wunderbar rein man sieht auch es schmilzt ein bisschen wachs weg und ja ist drin ich lasse es erkalten ich nehme für jede kerze drei drähte also nochmal zwei stück und ich gehe also auch nicht zu mittig das ist dann auch wieder ein fehler weil mittig ist oft bei sicherheitskerzen so ein plättchen drin und wenn ich zu weit mittig gehe dann wenn die kerze weiter runter gebrannt ist dann würde der draht als ersatz doch brennen das habe ich also auch schon also wirklich so ein naja ich sag mal hier so einen kleinen finger maximal kleinen finger breit vom rand entfernt den draht einfügen das gar nicht so einfach oder da will man eigentlich nur die kerzen antraten und dann gibt es so viele sachen die man beachten muss wahnsinn ja und wenn ihr alle diese dinge beachtet genau schräg anschneiden heiß machen nicht zu weit innen nicht zu weit außen nicht zu kurz nicht zu lang das sind eigentlich dann die größten fehler beim kerzen antraten wenn ihr die ganzen dinge beachtet dann und die kerze dann erkalten lasst auf dem tuch also nein dieses sagen wir hier das schön fest werden lasst und ach genau und nicht schräg sondern das soll natürlich schön grad sein weil ich will ja dann auch befestigen ja das das sind jetzt die ganzen wichtigen punkte die es eigentlich nur zum kerzen antraten zu sagen gibt wahnsinn oder so viele sachen ja dann viel spaß beim nachmachen und auf jeden fall dicke dicke träte sind ganz wichtig dafür ja ihr müsst diese dicken träte bestellen wenn euch das für euch alleine zu viele träte sind wobei man die ja immer wieder brauchen kann dann teilt sie einfach mit freunden ja viel spaß und viel erfolg beim antraten von euren kerzen bis zum nächsten Mal